In diesem Video Ey, es ist wirklich kaffee fein Und heute Leute gibt es zum ersten Mal Wenn ich du wäre und zwar nicht nur in Fortnite Zudem auch in real life, also werdet uns auch in diesem Video sehen Mit dabei ist heute der liebe Captain Kev Moin moin Danke, dass ich mit dabei bin Für dieses Video Ja, okay, passt Okay, tschüss Perfekt, so Leute Wir werden gleich direkt rein starten Mit der ersten Aufgabe Immer wenn ich einen Kill mache Oder wenn du einen Kill machst Dann musst du Mama Mia von Appa singen Da haben wir eine Waffe Jetzt bauen wir eine Waffe Sonst sind wir gleich hier tot Ja, perfekt Ich bin dort Kevin Wenn ich jetzt stirb, dann beding ich mich um Ich hasse es Wie soll ich mit der Einschlinge was machen? Ich habe einen Kill Ja, sing jetzt Mama Mia Here you go again My, my, how can I resist Ja, das ist sehr gut Kevin Pass du, okay, pass du Wir sind auch einfach zu schlecht Kevin Wir sind auch einfach zu schlecht Dann, an der Stelle bist du jetzt du wieder dran Mit der Aufgabe Du nimmst für zwei Minuten Einen Zocken Ey, es ist so ikerhaft zu schweinen Oh, 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 oh Mir geht das Tje Oh, oh! Woh, oh, woh, woh! Beim Fenster, beim Fenster hinten! Egal, du musst aber singen, Karin. Du musst singen, ich... Du musst singen, ich hab ihn getötet. Perfekt Leute, wir sehen uns dann wieder später. Wow du Schwein, Alter, ist so ekelhaft. Yes, I feel pain broken. I heard the blue signs to take off the party. Why, why did every let you go? Ja, also, ob das jetzt Appa war, weiß ich jetzt nicht. Das ist mein Name, ich hab gechillt beim Eiswürfel. Haha, du spaßt also. Wenn ich du wäre, Kevin, würde ich jetzt bei einem Kino fragen, ob sie momentan den Film Luke Du und die Armee der Wölfe spielen. Ja, grüß Gott. Gibt der Film Luke Du und die Armee der Wölfe? Ah, heute? Ja, genau. Luke Du und die Armee der Wölfe. Den hab ich beim Fernsehen gesehen, dass er gibt. Ah, nein. Okay, ja, kein Problem. Ja, warte, mein Name. Ja? Ja, dann kann ich doch mal eine 3-4-5. Achso, ja, macht nix. Okay. Wiedersehen, dankeschön. Ja, vielleicht, wer weiß Jungs, vielleicht kommt ja mal Luke Du und die Armee der Wölfe ins Kino, oder? Kann ja sein, eigentlich. Okay, dann bist jetzt wieder du dran mit der nächsten Aufgabe. Okay. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich einfach 20 Mal bei deiner Stiege auf und niedertangern. Das war das erste Mal. Ach, Digga, ich hab schon kein Bock mehr. Wenn irgendwer hier von den Nachbarn, ne, vom Fenster reinschaut, der denkt, ich hab voll Schaden. Oh, bitte. Komm. Komm. Weiter. Weiter. Das ist Nummer 6. Digga, wir müssen die Hälfte. Nummer 10. Digga, Kevin weiß gar nicht, welche Aufgaben wir sollen bekommen. Das bekommt er zurück. Das Ding ist, Jungs, mir ist gerade richtig heiß, aber Kevin wird jetzt den Arsch kalt. Na, jetzt muss man das letzte Mal jetzt. Hab's geschafft. Digga, es ist ohne Scheiß. Man rechnet damit nicht. Das ist so anstrengend, dabei ist es echt viel. Ich bin dran mit der Aufgabe, ne. Äh, jobben wir dann ganzes immer da, Digga. Inklusive Mad-Kids. Inklusive Mad-Kids, Digga. Inklusive Mad-Kids. Perfekt. Ganzes immer da, jobben. Ja, perfekt. Die brauche ich hier auch. So, okay. Ja, jetzt bist du dann wieder. Kein Problem. Kannst dir auch immer so nett sein und mir eine einfache Aufgabe geben, Alter. Das war einfach. Aber anstrengend, du Pisser. Scheiße, egal. Platz 4. Stark, Kevin. Wenn ich, du wäre, ähm, also bei jedem Kampf, sag ich zu dir Stopp. Mhm. Du darfst dann keine Waffen benutzen, nur mit einer Axt. Sprachen lernen, babbel. Wenn du Stopp sagst, darf ich nur mit der Pickaxe schlagen, okay. Ah, ich bin tot leider, Kevin. Komm zu mir. Das war's, Jo. Wirklich. Komplett. Ja. Ja, tut mir an der Stelle auch leid, dass du deine Aufgabe nicht ausnutzt. So, also das war jetzt auch meine Aufgabe, ne. Wenn ich du wäre, Kevin. Nimm deine PS4 und dein Fernseher und baue ihn draußen auf und spiel da eine Runde und mach einen Kill. So lange musst du draußen bleiben. Hehehehe. Okay. Ja, und das nimmst du bitte mit deinem Handy auf. Wir sehen uns dann draußen, okay. Wenn das okay für dich ist. Also, oh, das ist ein Problem. So, draußen an die Kamera. Oh, es geht, es geht, es geht. Ich hab meine Haube auch angesetzt. Also, wenn ihr da... Ja, das seht ihr nicht, leider, Zuschauer, aber es ist Schnee bei meiner Haube. Oh, Captain Kev draußen bei Minus 2 Grad. Let's go! Was? Ok, Captain... ποιer illumin in Deion pleasures. Ok, Captain, du darfst ins Haus wieder reingehen, bis du 5Kills machst, ok? Bei 5Kills darfst du rein ins Haus gehen. Ok, man hat vielleicht nur 4Kills geschafft, weil die Runde aus ist, aber egal. Kevin, du darfst jetzt wieder reingehen, ok? OK. Wir hören uns im Warmen. Ja, Kevin, ne, du hättest schon mal gesagt, du bist mit der nächsten Aufgabe drin und halt dich zurück, du kleinen Pisser. Wenn ich du wäre, würde ich barfuß rausgehen und einmal am Garten herumlaufen. Ja, einfach rausgehen, ne, ist ja nichts dabei. Bei Schnee im Bun, oder? Ist ja eigentlich ganz gechillt, ne? Ja, einfach. Als Maul. So, Leute, ich hab jetzt meine Sacken ausgezogen und es ist tatsächlich noch Schnee da. Digga, wenn mich wer sieht. Oh, fuck, Digga, jetzt ist so eiskalt. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht, oder so. Geht eigentlich ganz fit? Oh, Digga, es wird schon echt kalt jetzt, Digga. Au, 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 das ist, oh, fuck, jetzt muss ich ganz schön los. Oh, es ist kalt, Digga. Hol die Molly, hol die Molly. Perfekt. Aber jetzt bin ja wieder ich dran. Käpt'n Käf, mein lieber Freund. Wenn ich du wäre, es wäre langweilig, wenn wir ehrlich sind, wenn du nur einmal im Kino anrufst. Wenn ich du wäre, ruf nochmal im Kino an und fragt, ob der Film Kevin im Wunderland im Kino momentan läuft. Moment im Dieselkino. Wir sehen uns in dieser Zeit. So, Kevin, ich frag dich, ob es den Film Kevin im Wunderland im Kino gerade gibt. Perde, eine. Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, gibt es den Film Kevin im Wunderland? Nö, momentan noch nicht. Weil ich spiele da bei Kevin im Wunderland mit. Ich selber. Aber ich spiele den Spiel weiter an. Weil ich bin der Hauptaufsteller. Sie legt auf. Sie legt auf. Okay, jetzt sind wir weg. Bist du mir verarschen? Nein, wie viel Glück kann man haben? Ihr Schweine, Digga. Wenn ich du wäre, würde ich meine Farbe auf deine Haare sprühen. Deine Farbe? Wenn ich du wäre, würde ich mit deiner Farbe auf deine Haare sprühen. Wer sagt, dass ich eine Farbe daheim habe? Ich kenne dich. Wieso kennst du mich, Digga? Was laberst du? Ja, ich habe echt das Sein. Ey, ist so unnötig, Digga. Für was? Digga, ich suche gerade nach dem Spray. Und, Digga, sehe ich das? Guckt, als heißt alles voll mit Farben. Das können aber nicht mir, Jungs. Ich denke, blau passt eigentlich ganz gut dazu, oder? Ich habe mich für die Farbe blau entschieden. Jo, kann man nichts machen, ja. Oh, Jibber. Oh, nee, komm. Wow, das ist Alpha. Wow, ich bin's. Drafuela, Digga. Wow. Ja. Bevor wir hier die Runde gleich rein starten hier, komm, schalte die PS4 ab. Komm zu mir, komm zu mir rüber. Wenn ich du wäre, nämlich, kommst du jetzt zu mir, kommst du mein Zimmer hoch und dann machst du 10 Liegestütze, okay? Wir sehen uns, Bro. Okay, nee. Ich habe mich fertig angezogen. Jetzt gehe ich zum Look Duo. Captain, Captain, vielleicht reinkommen. Wir werden ihn zerchecken. Ich mache den Livestream an, damit er denkt, dass ich das bin hier und was er redet. Dabei ist das nur der Livestream. So, und jetzt müssen wir warten, bis der Kevin kommt. Ich muss mal da aufsperren. Sicherheits-Tür. Ich muss mal da aufsperren. Sicherheits-Tür. So... Look, Duo. Ja, red um. Warte, red noch die Runde. Nein. Ja, das muss man ein bisschen weiterziehen. Das macht wirklich nichts. Und ja, was soll... Deine Patergestell? Und wenn wir was gehört... Ah! Gar nicht! Was geht? Käpt'n Käft, Digga! Versteck die Kamera hier! Hast du... Wie lange du braust dich an meinem Knie und so? Gar viel! Käpt'n Käft Digga! Die letzte Aufgabe für heute! 10 Liegestütze! 1...2...3... 7! Oh stark! Käpt'n Käft! Das war's dir heute, ne? Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao.